Wenn du Olaf da sagst... Ich glaube, ich bin am Endchen-Arsch dran, gerade, Freunde. Und ich weiß jetzt nicht als Beleidigung. Hi. Hi. Nein! Hallöschi, meine Freunde, hier ist wieder euer IMFN. Wir spielen heute Gute mit den Ares zusammen. Eine Formel 1-Web vom Media. Ich mag ihn, ich hoffe schon nicht mehr. Aber wovon wir machen, mit dabei sind das Soulhammer und Katsuyun. Mal schauen, was uns erwartet. Ja, sowieso. Kommt ran, wir freuen uns auf euch. Ja, dann komm doch ran, Ares. 890 XA. Für gewöhnlich beißen wir nicht. Wir wollen halt nur, dass ihr... Hey, willst du mein Ei küssen? Ja, Panzer! Vorbei, X21. Hauptsache, er wird mit dem Panzer, den wir dann mal kurz... Formel 1. Geil. Ich schalte schon direkt auf Ego-Sicht. Ja, ich auch. Oh nein, oh nein, ich schalte... Aus der Ego-Sicht raus. Ego-Sicht raus, das ist ein Sommerkind, oder? Ich hab schon gesehen, ne? Was? Ja, ein Sommerkind. Hä? Loll. Alter, stopp! Junge, Junge, Junge. Okay, hab ich. Wohin? Hä? Oh, lol. Warne-Wald-Wechsel. Ja, und unten ist ein MG oder so. Nee, ist kein MG. Ich hab den Pop-Fast-Try! Was? Loll. Ich muss erstmal hier... Alter, du bist die Typen... Alter, bin ich ein garter Typ gerade. Äh... Nee, mach jetzt. Vor allem, solche... Ha-ha! Ha-ha-ha! Loll! Vor allem, ich weiß nicht, wo ich rauspringen soll. Echt? Nein! Es hat mich abgehoben. Please! Ja, wir wissen, dass du abgehoben bist. Okay, aber es macht wahr. Wie war das? Böse, aber geil, ne? Böse, aber geil? Redest du von Sailor Endres? Oh, Karma. Nein, Karma. Vollkommen verdienen, Fragezeichen. Was denn? Ja, Rand, Rand. Oh, schade. Oh, Zündenschuss auch noch hier? Oh. Jetzt fühl ich mich nicht mehr so schlecht. Zündenschuss noch bei mir. Ich bin auch noch da. Nein! Ich hab den Flip verkackt! Alter, du hier bist, ist nicht aufbauen für mich, Katsui. Wow, danke. Jetzt muss ich ja mal Sub bei ihm im Stream ausnutzen. Äh, und öfters dabei sein. Loll. Okay, ich hab meine ganze... Nein! Er hat seinen Mojo aufgebraucht, Junge. Oh, Zündenschuss stehen geblieben? Ja, keine Lust mehr. Ich hab meine Höhle verloren. Jetzt. Ja, was? Egal, was Zündschuss gemacht wurde. Wir können sagen, wir sind vorher zu einem schlimmen Ziel, wenn es weitergeht. Aktuell freue ich mich, tatsache, über 42 aktive Zuschauer. Voll geil. Freut mich, dass ihr da seid. Ich komm zu Doraus. Oh. Ich kann jetzt sagen. Liga, ich hab Endes im ersten Punkt. Ja! Ah, finally. Ich starte mal Twitch, Leute. Bis gleich. Bei meinem Schatz hat es eigentlich nur eins geholfen. Die App runterwerfen und neu installieren. Ciao. Und keiner weiß so wirklich warum. Das ist das Schlimmste daran. Weiß man leider da. Wow. Böse MC. Böse MC. Ah, wie der überflippt. Ja, ich überflippte. Nein! Du musst wahrscheinlich echt wirklich langsam sein. Brot. Danke schön. Langsam klappt das auch nicht. Na, knack. Langsam versucht. Ich hab's schnell versucht. Irgendwie klappt gar nichts mehr. Ich fand dich dieser mittelspeed. Dieser berüchtigte mittelspeed. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Hängt da wer? Oh, ne. Ist das was, ich denke? Ach, leck mich doch. Nope. Oh, Katsui. Was denn? Komm hier runter. Teilt mal, wie es geht. Komm, Speed. Ja, Mann. Ja, Junge. Do it. Oh, ich hab ihn. Wie ist es mit Deko aufzunehmen? Sehr laut, Marcel. Sehr laut. Ja, sehr laut. Ja, Tatsache. Mit Deko aufnehmen ist so eine Sache. Wenn er am Wailchen ist, dann hören wir das auf dem Teamspeak-Gefühl fünfmal lauter. Es ist echt so. Aber es macht auch unglaublich Spaß. Oh, ne. Ich hasse es, Kerekrollen. Jetzt bin ich so brain-ass-kau-unfall. Ich fahre einfach durch. Anstatt drüber zu fliegen. Ja, GG, ne? Jetzt bin ich draußen gespawnt, okay. Ja, alles klar. Und jetzt hoffen... Dass du nie wieder nach Riespawnen musst. Dass du dann nicht das... Dass Deko lackriss und dort wieder rein spwurz. Also wenn ich... Oh, lol. Jetzt weiß Bescheid, alles First Rider. Zeig mal Eier. Eier, Eier. Ich hab ein Eier von meiner Eier. Der schlürt mich ein und... Muss aus, der Fingert, aber viel warten, Freunde. Ich bin minimal nach oben gefahren. Und er flippt einfach 300 Mal. Hau ein Haus draus. Vielen Dank für deinen Support, mein Lieber. Bin ich schon egal. Was ist nicht heute los? Sag mal. Ey, der Stream, der fetzt aber richtig. Auf heute geht's mega klar. Warum dreht die Karre sich so scheiße? I don't know. Ich flippe rüber und bin senkrecht am War Ride, Alter. Puh. 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 Oh nein, wieder, oder? Oh fuck. Minimal verkackt. Minimal verkackt. Ich hab jetzt... Und immer noch Black Screen. Welches Android-System hast du drauf? Was? Wir können an den Hochhausen hier lang fahren? Pro End. Richtig. Nack, nack. Und ja, das mit dem Hervorheben der Nachrichten, ne? Find ich echt gut. Boah, das ist witzig. Das ist ne geile Funktion, weil das seh ich. Und wenn auch nur aus dem Augenblick, ich seh es, Tatsache. Wieso kommen mir grad X21-Feld-Dinger entgegen? Weil du zurückfahren musst. Oh, ich seh da nix. Och man. Hä, what the f... Lol. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab ein Stream, ich hab den perfekten Endos gemacht. Also ganz ehrlich, selbst Endos wäre... Ich bin grad am Warlord, tut mir leid. Endos wäre sowas von... Sexy, meinst du? Aris, wann wird dein Spielzettel mit den Maps aktualisiert? Äh, das ist eine gute Frage. Noch hab ich ein paar Maps hier drauf. Und wenn wir da Bock haben, wird er aktualisiert. Weißt, du bist extrem scharf drauf, dass wir heute auch was von dir zocken, ne? Fähr ich auch heute nicht mehr. Aber ich hab gehört, wenn wir die beiden mal anspielen, die sind sehr heftig. Dann musst du zwei, drei Stunden für einen planen. Meinst du echt? Hat Olev zumindest mal, wenn ich mich recht nicht gesagt. Ich weiß es nicht, ehrlich. Also ich traue Olev vom Urteil her, weil er ist halt ein sauguter Fahrer, ne? Also... Wenn Olev da saß... Ich glaub, ich bin da im End schnarrt dran, gerade, Freunde. Und ich mein's jetzt nicht als Beleidigung. Hi. Hi. Nein! Warum sagst du, wir verkacken's beide, Mann? Also, intro incoming. Äh, open end, the killer, open end. Bis wir einfach keinen Bock mehr haben. Ah, das tut mir bitte gefallen. Verkack jetzt nicht. Was war das denn für ein weibisches Gekreiche? Was ist die, äh... Das war kein Gekreiche. Mach die Beine auf! Jo, hab ich mir auch grad gedacht. Und Sommerkind beim Hochhaus wieder Sommerkind nehmen. Na, na, na. Nein, zu stellen! Tschüss, Ares! Und dann greift wieder noch einen! Ey, wie viel kommt von dem ist, wie schon? Alter, die musst du richtig kn... Oh, wow! Ja? Musst du flach nehmen? Warum meine Karre sich so scheiße dreht, Alter? Äh, in der E-Mail easy, normal, dauern circa 30 Minuten. Okay. Ja, für Olevs Zeiten. Du musst bei Ares aber mindestens ein Doppel einrechnen, bei Bademeister. Ja, bei dir auch. Du wirst dich sonderlich besser, wie so... Es geht grad um dich, deswegen kann ich auf deinen Namen schießen. Wow! Damit ich eher besser dachte. Nein, Karma! Ja, find ich gut, wenn du solche Freunde hast, ne? Ehrlich. Oh, fuck! Das war... Uh, nein, für uns. Für uns sind das. Okay. Aber durch diese Aerodynamik... ...ist das halt schwer... Hast du... ... die... ... gerade so... Äh, Tomek immer... Äh, Tomek sag ich schon. Äh, Tomreip immer noch Blackscreen? Lass die Beine breit. Ah, das ist doch belastend. Dann verpasst er die geile Map, Alter. Das ist... ... nervig. Oh, nein, ich komm wieder zu. Wie hat der die aufgesetzt, diesen scheiß Sommerkind? Ja, GG, ne? Alter, was ist denn... Oh, ich wollte schon sagen. Sommerkind... Sommerkind-Wahnsinn. Ohohohohoha boaha! Böse, Alter. Das ist... Ohohoho, das ist echt böse, Mann. Mikeia! Jetzt nicht da, du brauchst nicht schreien. Ja, deswegen schrei ich, ja, damit das hört! Damit der Schrei ohne ... ... in der Schweiz ankommt? Ja. Die 600 ... Irgendwann fick dich! Die 600, irgendwann fick dich! Ach, du Scheiße! Edward Wald! Nein, ich bin im Edward Wald hängen geblieben! Nach dem dritten Sommerkind kommt ein Edward Wald, Aris. Echt jetzt? Ja. Okay. Da sind die so querkippen, die so quer drauf fliegen, wo du durchfahren kannst, ganz eng. Aber zwei, drei nebeneinander, damit die Lücken so eng werden wie ein Container. Okay. Über eine längere Distanz. Und tschüss. Oh, komm, do it. Vielleicht war das irgendwie die Rache. Weil er weiß, wie sehr ich auf dein Gesang abfahre, Alter. Ey, bitte, Junge! Ich will das doch noch lernen, ja. Komm jetzt. Mach die Beine breit. Gutes Mädchen. Ja, ist nachvollziehbar, Tom Reib. Vielleicht beim nächsten Stream. Der wird wohl Montag stattfinden. Allerdings kein GTA. Ja, wahrscheinlich R6 oder CSGO. Rainbow 6. Naja, das entscheide ich. Bin durch. Jetzt kommt noch eine Schere. Mach die Beine breit. Gutes Mädchen. Oh, was kommt jetzt noch? Junge. Zanebow 6. Tube? Also ich stream in der Tatsache ziemlich oft. Oh, nö. Äh, doch. Was ist das hier? Außer Tierer-Dschungel? Olev, du sollst nicht Puff machen, du sollst, äh, hier mitfahren. Doch, du willst Puff machen. Nein, will er nicht. Das ist den armen Olev, in Ruhe. Ich mag den irgendwie. Wenn ich überlege, was magst du, wenn er explodiert? Du willst es. Ares, ich muss mich umdrehen und zurückfahren. Ja, gg. Hat man doch auch gesehen, beim, äh, zweiten Sommerkind, da ist ein Container irgendwo drunter. Das macht mir aber jetzt keinen Mut. Bin ich zum ersten Mal hier hingekommen und ich weiß nicht genau, wie ich weiterfahren muss. Wo ist die Ausfahrt? Da ist die Ausfahrt, Ausfahrt, Ausfahrt. Da ist die Ausfahrt. Einen wunderschönen guten Abend auch an Aya Dranschlitz. Hab ich das richtig ausgesprochen? Weiß nicht. Auf jeden Fall freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Nein! Gerekt vorm Punkt verkackt! Alter, was ist das für eine... Ich kann mich nicht schnünftig drehen, Alter. Übung macht den Meister. An welcher Stelle denn jetzt gerade? Ist das Anime-Fan? Ja, ist er. Das Problem ist einfach, wenn du in der Luft bist, dann... Ja, ich bin hier. ...kriegt sich deine vordere Gabel einfach und dann... Ciao. Ich geb euch einen Tipp, ich bin häufiger bei Ares und Ares ist häufiger bei mir. Japp. Wir haben ja auch beide jeweils einen YouTube-Channel. Und beide einen Twitch zum Spremen. Ich kann auch nicht dagegen. Japp. Ich kann auch nicht gegenlenken, Alter. Uh, der war gut. Komm schon, das machen wir jetzt nochmal. Ja. Ja. Uh, er hat es. Ja, ja. Ares hat es. Alles unter Vorbehalten. Oh, Soulhammer hat's. Nein. Alter, mach keinen Scheiß. Danke für deinen Follow. Äh, kann ich hier Kreise drehen? Äh, wenn ich das... Du musst dich drehen, Ares. Ah, ja, Draschid. Äh. Ich glaub, das hätt ich dir sagen sollen, dass du dich in der... ...Akrofo da gelassen hast. Dankeschön. Ja, ich glaub ja auch. Hier musst du dich drehen, ja, Typ, Ares. Ja, wie viel Platz hab ich nach oben? Ich glaub, das hätt ich dann doch eher... Ein bisschen, dass auch ein anderer... ...Aussortierer andersrum geht. Ich hab das auch relativ spät gesehen. Ich fahr rückwärts. Wie soll das funktionieren? Ich fahr vorwärts wieder, Ares. Du musst in der Typ runter und dann dich einfach in die Richtung drehen. Ausfahrt? Jetzt bitte nicht wieder an diesen Scheiß... ...ääh, an dieser Scheißengestelle da ausortieren. Schere, mach die Beine breit. Das heißt, du musst dann in der Typ einfach nach rechts lenken. Da ist die Ausfahrt, die nehmen wir. Der letzte Container? Kamera fickt mich doch nicht, ey, diese Kamera. Ey, habt ihr den Punkt? Geil. GG, Alter. Guck mal, Ares, ja, der ist auch. Umschwung, ich will doch mal einmal weiterkuchen. Ah, ne, war nicht Ares, war... Hab ich! Nice. Daddy kommt, angeflogen und hat den Punkt, Junge! Ja! Geil! Easy. Hm. Ey, geil! Raoul ist wieder da! Raoul! 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 Müssen wir da flippen, ist das richtig? Oder außen langfahren? Ey, ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen flippen. Wenn wir außen langfahren, fliegen wir dann ab, oder? Ich glaube, ja. Nein! Jetzt sind wir am schwersten Punkt, okay. Ähm, okay. Mhm. Mindestens! Ach, Mann, warum? Ja, wenn du außen langfällst, fliegst du ab, Ares. Doppelt und 300-fach rum, Alter. Hm. Oh, wow, was? Echt jetzt? Mitja, du bist so ein kranker Sack! Und vor allem, das musst du zweimal machen, ist das Schlimme. Aha. Denkt an den Boost. Nein! Oh, ich bin dran. Ja. Denkt an den Boost. Den werden wir safe brauchen. Kamera, ich sehe ein Kacke in der Tube. Oh, lol, Alter. Fick dich, Junge. Das kriegen wir aber bestimmt hin. Beim zweiten ist es viel einfacher. Red Respect! Was geht ab, man? Red Respect haut auch directly einen Host raus. Vielen Dank für deinen Support, mein Lieber. Freut mich, dass du da bist. Nack, nack. Dann habe ich die Tube jetzt verkackt, Alter. Hat er verkackt. Nein! Oh, abgehoben. Oh, geht da mal so mit Ares. Ist ja geil aus, Ares. Ja, fand ich auch. Metja hauten hoch. Was? Metja hostet mich jetzt auch. Dankeschön. Alter, Finne, ey. Du flippst zu früh, Ares. Ja, das kann durchaus sein. Oh, seit 20 Minuten. Erst am erst. Ist echt ein Problem. Nein, zu spät. Minimal zu spät. Alter, das ist aber böse. Ich denke aber, das ist durchaus machbar, ne? Also, lol. Verkackt. Du kannst den, kann man hosten. Er hat's. Ich bin mir die Panzer. Halleluja, Freunde. Lol. Para ist da. Lässt dein Follow drab. Vielen Dank für den Support, mein Lieber. Schnapp dir was zu stabilieren und genießt die Schauer. Oh, 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 nein. Was? Das war schon panzermäßig mit dir. Ich bin enttäuscht von dir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das Eis gehört nicht geschissen. Jetzt muss ich einmal was machen. Anime-Fan, willst du mir mal irgendwas singen? Ich schwer mein Weg auch ist. Ich nehme es in Kauf. Ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Bitteschön, Mabossa. Mein lieber Mabossa. Keiner wagt dich, wenn du so bist. Freunde, ihr könnt euch alle bei Mabossa bedanken. Er hat es eingeführt jetzt. Das hört sich auch falsch an, oder? Und Win, schaut da noch ein Host aus. Ey, Leute, ihr seid doch verrückt. Ich kriege das nicht hin. Wann genau muss ich da bitte... Ich bin ziemlich spät geflippt, Ars. Dass du quasi, wenn du flippst, auf der Straße bist. Damit du an den besten Grip hast. Und halt sehr flach. Ja. Wie kann man hosten, indem du auf deinen Kanal gehst? Unter deinen Einstellungen. Host und dann Enter Entertainment eingibst. Ja, in der Einstellung kannst du auch machen. Aber du kannst auch einfach auf deinen Kanal gehen, auf deine Startseite, Chat. Und im Chat eintragen. Genau. Backstash, glaube ich, oder? Backstash Host. Genau. Backstash Host und dann Enter Entertainment. Sobald man was von der Karre verliert, hast du eigentlich... Richtig. Dann, Aris, bist jetzt relativ einfach, Aris. Och, Mann. Seht ihr, was ich meine? Die Karre haben sie aus Pappe gebaut. Ja. Manchmal hast du auch, wenn du spawnst, verlierst du auch immer ein Teil. Ja. Ah, fick dich doch. Oh, nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen. Ja. Ich dachte, das ist doch schon. Ah. Die Betreffung ist doch gleich so dreckiger. Also, ich weiß jetzt eins. Mithia ist ein... Dass du ein riesiger, knüppelschwingender, rohes Fleischessender, brüllender, Tarzan-ähnlicher Blödmann bist, der nur bis 10 zählen kann, wenn er barfuß ist oder Sandalen trägt. Oh, Gott. Wenn die Kamera nicht so schwanz wäre in der Tube, wo man sich spenden muss. Da fährt man da ein Zinkt. Ja, ich bin längst durch gewesen, ja. Ich war sogar unten auf dem Vorbild schon drauf. Ich höre dich schon wieder rumheulen. Ich war da auch schon drauf. Ich höre euch beide gerade rumheulen. Kann das sein? Ja, du. Ja, und? Lass uns. Wir heulen gern. Ja, das merken wir. Aber hier ist wieder die Map von Mithia richtig geil. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's Eiskel nicht hin. Aber die haben recht. Bis dahin war es der schwerste Punkt, Aris. Okay. Danach wirst du auch wieder alles schön fahren, wie ich. Fürst zwei. Vor allem musst du den Scheiß zweimal machen. Der zweite hat komischerweise auch sofort funktioniert. Ich hätte nur beim Erler Ersten immer Probleme. Die Karat hat keine Physik, Katsui. Ich wollte es gerade sagen. Äh, Physik ist... Ob du nicht langsam viereckige Augen hast? Hallo, Jule. Willkommen zurück. Schön, dass du da bist. WB Jule. Hab ich nicht. Ich versuch's mal. Egal. Egal. Ich hoffe aber keine MG-Flips. Nein, MG-Flips. Jule, hast du dir eigentlich heute... Nee, war gestern. Jule, hast du dir eigentlich mal gestern deine Stimme angehört im Internet. In meinem Video. War es vielleicht schön. War aber schwer zu schneiden. Weil ich musste ein paar Sachen rausschneiden. Was ist los, Baby? Aber ihre Erklärung ging ja in einen durch, war das Problem. Da was rausgeschneiden, war schwer. Jule erzählt es auch dauernd durch. Das war sehr schön. Aber sehr schwer zu schneiden. Alles klar, Parra. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Anschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Parra. Alle immer ihre Stühle vergewaltigen. Mein Schatz hat ihre Kamera jetzt deaktiviert. Oh. Mein Stuhl hält das aus. Mein altes Aufrichter hätte das nicht ausgehalten. Da wäre die Lehne schon tausendmal abgebrochen. War geil. So, bitteschön. Da hast du einmal jetzt die Zeit kurz angeblendet gehabt. Aros und ich hatten unseren richtigen Spaß dabei. Was? Was war das denn jetzt? Müssen wir gerne mal wiederholen, Jule. Loil. Was muss man da denn machen? Muss man dann Flip rüber auf den anderen War Raid machen? Ah, da steht. Ja, das ist das Kerik-Flip. Musst ganz klar oben rausfahren und eine 180-Grad-Drehung machen. Einen Befehl hat 6-mal gucken. Ja, aber ich habe den Punkt trotzdem eingesammelt. Er hat Puff gemacht. Ich bin ein Entchen. Oh nein. Ja, Jule, ich glaube, Aros regt's voll auf. Aber er sieht's genauso, dass du da gerne dabei sein darfst. Alter, das musst du aber vor dem Flugtor machen, ne? Das Flugtor hat mich jetzt dezent ausgelöst. Oh, nö. Ich mach vielleicht demnächst abends Märchen. Ich stelle mit Jule. Ey, das sehe ich mir ran. Kannst du dann ausgehen. Ey, aber kannst du dir vorstellen? Jule Stimme und André Stimme, die beiden Beruhigenden, die erzählen Märchen gemeinsam. Aus. Geil werden. Lass die beiden mal zusammen Podcast aufnehmen. Alles klar, Melly. Ich danke dir fürs Einschalten. Hallo, ich bin hier am Moderieren. Äh, Melly, ich danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Und euch schönen Abend. Und ruhig gut aus. Ciao, ciao. Alter, der Gute Messerung. Mein Flip war richtig schmutzig. Soll ich ausrechnen. Jule, ich stelle dir mal den Änderungs vor. Eure beiden Stimmen kann ich mir perfekt zusammen vorstellen. Podcast. Sieht einfach. Nein, boah, ey. Boah, diese Sprünge auf den... Ich krieg diesen flippnische Mann. Ah, so, okay. Weil ich nicht so fein säuberlich lenken kann, wie ihr mit euren Scheißcontrollern, Alter. Der nutzt ja deine Maus. Jetzt war ich mal da. Nee, das bringt da nix. Echt nicht? Nee. Die ist jetzt auch böse. Hauptsache, ich muss mich jetzt auch noch vor meinem Schatz verarschen lassen, die auf meinem Ohr sitzt. Und die Mimimimi sagt. Miau. Ah, die ist was Tolles, ey. Extra für dich, äh... Dräng du. Oh, finally. Den ersten haben wir. Oh, den zweiten hab ich auch. Oh mein Gott, endlich, Junge! Putz! Nein! Lol. 36 Minuten. Michi! War hier eigentlich ne Challenge drauf auf der Map? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mitya, du bist grad da. Challenge-Zeit in der Map! Ha, geil, ich mag den Panzer. Ich hab's verkackt. Bist du ja wieder durchgefahren, rückwärts? Nein, der Vorflipp, hab ich ja gesagt. Ja. Oder da drin. Irgendwie soll ich dir gehen, musst du auf jeden Fall flippen. Oh, endlich! Oh, fuck! Wir kämpfen hier, glaub, mit drei Mann um den nächsten Punkt. Ja, moin. Ja, da... Ich hab's auch gerade durchschimmern sehen. Okay, MGs. Okay, das heißt Ego-Perspektiven. Jo. Geht auch ohne. Ja, aber ich glaub, mit Ego-Perspektiven, ich glaub, ich glaub, das ist nicht drauf. Ja, aber das Problem, da kommen Sprünge und... Hast du das gesehen? Ja, wenn, wenn, dann mach ich eine Ego-Perspektive bei den MGs. Halleluja! Endlich, Freunde! Wer hat den nächsten Punkt? Ichi, Alter! Und der war auch wieder ekelhaft, Aris. Da kannst du dich schon drauf freuen. Uh? Alter! Ah, nein! Uh, war der knapp. Das wird dieser Hip-Box, ne? Aber immer nach 40 Minuten beim nächsten Punkt, Alter. Jule, guck ich gleich. Jule hat mir was drüber geschickt. Uh. Ja, cool. Ihr seid so durch. Ich bin auf Flugmotor und zum Ziel. Hauptsache einfach, ich krieg die ganzen Teile, Alter. Und fahr da drüber und... Ich weiß, dass ich nicht richtig, aber... Erster Platz richtig verdient! Ja, absolut. Ich steh vorm Ziel. Also, Mitya, nach 42 Minuten steh ich vorm Ziel. Ist das gut oder schlecht? Eine Ewigkeit später. Aua. Aber es kommt, meine Freunde, nach gefühlt zwei Stunden... Ich würd' mal sagen, wir können alle rein! Ja, haha. Also, ich weiß... Oh, ich krieg den Speed nicht. Mann! Ich weiß nicht, war noch jemand vor mir. Ich war auf jeden Fall fürchter ungefähr hier. Ist mir sowas von Wayne. Oh, Löffel, das hat mir übrigens vor mir. Okay, dann fahren wir auch in den Ziel. Das hat mich definitiv hinter mir, muss ich merken. Ich hab ja gesagt, 52 XD. Was? Du hast doch 80 gesagt, Raoul. Ja! So, ein Schwein noch für den Flip. Tschüss, Soulhammer. Da sah geil aus. Mach Buf! Ne, schade nicht. Aha. Ich hab auch die scheiß Fassrolle. So, Freunde, ich würd' mal sagen, da hat Mitya uns wieder ein Stückchen Zucker zusammengebaut. Das ist das erste Mal, dass Mitya eigentlich lobt. Das ist eigentlich schon ein Weltwunder. So, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne bei meinem kleinen, komischen Äntchen rein. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao!